holen wir uns den vierten kristall ja heute noch jetzt sehen hallo freunde der klassischen spiel unterhaltung ich bin es wieder euer milcy und legend auf zelda links ist er passt so wir sind ja im vierten dungeon dafür die kristall wird bald unser sein wir haben alles verbrötelt wir haben keine fehlen kein bank 0 aber gehen mal trotzdem weiter ich will die pompe ich kann nicht die pompe nicht holen warte mal die pompe hätte ich gern so nein ok aber immerhin hat sieht übel aus hier oh wir haben die key wo geht's der ober weiter ah ja i know it ok so werden jetzt der kleine schlüssel können wir jetzt hier benutzen konzentration aber bombe brauchen wir die flammensäule weg du wenn ich mir den arsch gut oh weh oh weh oh weh ah warte mal hol ich mir doch weh ich muss mich treffen naja tu hallo harte ich muss mich mal harte mal harte mal rechts harte mal um oh so oh oh da war natürlich jetzt kein klarer schlüssig. Aber, ja. Ah, da ist er. Nice. Das benutzt man gleich. Okay, okay. Ich glaube, das Problem auch kommt. Aber, vielleicht mal den Raum checken dann. Den Raum checken. Wo ich mal auf die große Schatzruhe. Habe ich die schon. Ist schon länger her mit der Aufnahme. Aber, so. Checken wir erstmal den Raum. Jetzt haben wir ja die Abkürzung freigeschaltet. Hier gibt es nichts, außer ein paar Gegner. Ja. Die rote unsichtbare Plups. So. So. Ah, okay. Geht's da hin? Ja. Guck. Bevor ich da oben jetzt weitergehe. Checken wir erstmal hier die Lage. So. Aber, ask a little man. Come here. You are ripped. Ja, cool. Die sei sowieso schon, aber. Jetzt will ich was kurz checken. Da, schau hin. Mhm. Da kann man sich schon oberer einfallen lassen. So. Ich glaub, das war in dem Loch. Ah, da brauche ich Schlüssel. Ah, nein. Ah. Wir sind soweit. Okay. Ja. Okay. Ich danke dir, Süßer. Du hast mir das Leben gerettet. Bekleide mich nach draussen. Jawohl, Schwester. Da. Achtung. Ähm. Da. Ich mach. Ich hol' keine Kerze. Das Essen ist bald fertig. Setz dich mal hin. Sonst bleib doch mal sitzen. Äh, macht's ja nicht. Okay. Jetzt will ich jetzt den Diener einladen, aber funktioniert nicht. Da, schau hin. Jetzt mal doch gleich mit dem Schlüssel. Ah. Big treasure. Yes. Die. Du hast den Titanenhandschuh. Damit kannst du die dunklen, schweren Steine heben. Die dir vorher nicht von der Stelle zurückbewegt waren oder so. Oh, 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 oh. Blach rüber. Jetzt können wir uns das stärkere Schwert holen. Das könnte ich doch eigentlich vorher machen. Wo euch der Bus anbiegen. Hey, ich denk, das mach' ich sogar. Oh nein, warte mal. Alles. Aber bitte nicht diesen Weg. Ja, jetzt. Baby, ich muss gerade was anderes erledigen. Ich hol' mir ein stärkeres Schwert. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, ist hier die Quarki-Quarki-Froschmann. Quark, Quark. Du siehst ganz, ja ganz, was? Du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Quark, ich wohne eins in Kakarigo. Ich frage mich oft, wie es meinen Kollegen geht. Quark, bitte bring mich doch zu ihm. Ja, Quark, bitte Quark. Machen wir doch gerne, Bruder. Komm mit. Hol' ich dich da PiSCH. Ba, 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 ba. Da gibt's noch kurze Sache. Oh! Dassschau' hin. Na, das ist ja mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Ja, war gerne doch, Bruder. So. Danke, vielen herzlichen Dank. Okay. Bitte, bitte, bitte. Bitte, verstärk mein Schwert. Ach, da bist du ja wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiedet mein Schwert, bitte. Gut, hier unser Angebot. Schmieden, zehn Rubine. Habe ich doch locker. Also schmieden, richtig? Jawohl. Alles klar, kein Problem. Wir müssen das Schwert nur eine mehr behalten. Gehen wir mal kurz rein, wieder raus. Jetzt müsste unser Schwert fertig sein. Genomisch fertig, kommst du, oh nein, oder? Wenn man das Spiel jetzt hat, besenken. Dann vielleicht. Wie war das jetzt noch mal? Wir machen da das hin. Ah, meine, der Vogel. Wir haben so ein Börd. Und ich glaube, ich gehe mal kurz einkaufen, wenn wir in der vierte Dungeon gehen. Das wäre eigentlich sinnvoll. Es muss alles gut vorbereitet sein. Ich hätte ja alles vormachen können, aber wir können mich ja gerne auf dieser Reise begleiten. Hallo, Schwester. Geh mal knutschi, knutschi. Dankeschön. Morgen ist der Rode dran. War mal Margie. Wir holen uns halt noch ein Blauer. Ich weiß gar nicht, Margie brauen, aber Margie ist immer gut. So, jetzt gehen wir ins Dorf. Und hoffen, dass unser Schmerz fertig ist. Das alles tun wir erst später erkunden. Ich will der erste, vierte Dungeon jetzt noch fertig machen. Ich habe schon extra versprochen, dass wir, ähm, den vierte Kristall holen in dieser Folge. Oh, hallo, hallo. Junge, ich habe kein Schmerz. Das kann ich nicht wehren. Hier hast du es. Dein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hand. Oh, rot. Mit Wunsch. Dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Yeah. Ho, ho, ho. Oh. So, Force Dungeon. Jetzt bin ich bereit mit dem vierten Dungeon. Stärkeres Schwert. Säfte aufgeladen. So, jetzt kann mir nichts geschehen. Wie heru habe ich im... Oh, jetzt können wir hier da rumgehen. Muss ich nimm mir auch so rum. Da, da, da. Ach, wie schön, Herr. Schönes Spiel. Wenn ihr entweder... Jung seid und diese Perle der Videospielkultur nicht kennt, holt es nach oder schaut es mit mir noch weiter an. Oder... Spielt es doch mal selber. Weil der gute Link ist ja 35 Jahre geworden. Ich muss mal jetzt in 14 Folgen jetzt erst mal gratulieren. So, jetzt... Ich natürlich wieder mit meiner Orientierung. Wo war nochmal der Eingang zum... Ah, jetzt ist mein Hoppel-Hopel-Haus. Ist das bei Ostern? Da ist es. Okay. 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 Aber ich hab's ja gleich gefunden. Sorry. Hust, hust. Ja, jetzt hat er nur noch einen Schlag. Nice. Ah, okay. Jetzt geht's nicht weiter. Stimmt ja. Vor 10 Minuten alles vergessen. Schaut's euch an. Schaut's euch an mit einem Schlag. Ah, da waren ein paar, da zwei. Ach, egal. Pumpe noch sammeln. So. So. Ah, alles wieder zurücksetzt, Woche. Jetzt brauch ich ja nützlich, ich hab ja volle Herzen. Dankeschön. Ja. Sie wollten ihn bitte finden. Jetzt, jetzt brauch ich dich. Nein. Jawohl. Dankeschön. Aha. Schau einer an. Will sie. Ach so. Ich bin Zelda abgemengenagt. Ich bin Zelda mal kurz im Stimmbuch. Ich bin Zelda. Lass dich nicht von blind dem Dieb und seiner Magie täuschen. Mach ich nicht. Vielen Dank. Bisschen Hinweis. Baby. Aber. Ich bin ja so smart. Ich lege gerne Bombe. Was nichts bringt. Aha. Schlange mit Totenpumpfmassen. Alles so nice. Okay. Ich glaube, da unten ist der Schalter. Müssen wir jetzt stoppen. Okay. Bombe. Bombe. Schalter. Yes. Weiter geht's. Ich hab mir jetzt schon mal alles vorbereitet. Dann befreien wir noch mal das Mädchen. Da gibt's ja auch noch genug Bomben. Bomben. Ich bin da Spreng-Experte mit sie. Ich sprenge alles in die Luft. Aber. Okay. Bombe. Bombe ausgerichtet. Okay. 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 Bisschen wir natürlich auch richtig treffen. Da. Schau hin. Das Licht von oben fallen einen tieferen Stock. Stockberg. Was das jetzt alles zu bedeuten hat. Lasst es uns herausfinden. Seid ihr mit mir. Okay. War es ja noch ungefähr? Das ist ja noch ungefähr. Das kann man jetzt nicht zu besiegen. Vielleicht das rote Vieh. Das nerven es doch. Der rote, unsichtbare Blut. Das war doch hier, oder? Mit der Maus weg. Das war doch hier. Ist auch schwer, es sei der Stein, oder? Ja. Jawohl. Baby. Hätten wir eigentlich Spiele fangen müssen, aber. Nein. Was ist jetzt? Steem wieder. Oh. er braucht schon steam ein mensch braucht so wie komme ich da jetzt mit der dahin und nein die falle eine verdammte volle war warte mal ich habe die idee tja ja ja sie will diesen weg nicht gehen aber ich nehme dich trotzdem mit baby nein das ist mein osterhause bildschirm welche buchte aufnahme bildschirm gut wie viele minuten wir haben hier ist die kamera haben wir dennoch versprochen haben uns die kristall wenn es nicht hier setzten wir uns mal richtig hin bequemen position bereit bereit Das ist viel zu hell! Man zieht eine Sonnenbrille an! Wo ist die Frustheim? Ok 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 Ja 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 Wir müssen den Trank nehmen Ich glaube mit einem Flammestab geht das sogar gut Bin mir dann missicher Wo ist der Eisstab? Wir müssen den noch mal Dann machen wir doch noch mal! Ok 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 Ich muss noch einen Trank nehmen Das wird mir zu hachig Das wird aus... Oh fuck Entranken können wir noch Ja Wir haben den 4. Kristall Haaa Ha 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 Ah Doch alles Ja ich holte den 4. Kristall Applaus Applaus Dankeschön Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank Autogramm gibt's später Alles mal Gutes Alles mal Gutes Gilt's Hallo Schwester Melzi Ich danke dir Du hast mich aus dem Klauen der Monster gefreut Wie immer Die anderen 3 auch Damit die 7 Weisen das Tor in die Schattenwelt durch ein Siegel versperren konnten Hämmten die Ritter von Hyrule ohne Rücksicht auf Verluste gegen furchtbare Monster Viele ließen dabei ihr Leben Aber sie taten es für Hyrule Du bist vielleicht der letzte direkte Nachfahre dieser tapferen Streiter Und nur du kannst der wahre Held werden Wir vertrauen dir Du wirst Garnon bestimmt vernichten Zeige deinen Mut Hast du alles verstanden? Ich habe alles verstanden Baby Möge der Weg des Helden zum Trifos führen Yes Kling Plung Plugi So Jupp Bap Juuu Waaah Kling sich an Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Ich war's, euer Melzi Wir haben den 4. Kristall Der 5. Kristall wird auch bald unser sein Aber ich würde sagen Im nächsten Teil Erkunden wir erstmal Was wir alles aufheben können Mit unseren stärkeren Handschuhen Dunkle Steine Wir kommen Niemals schön lustig bleiben Damon Mauern Wir kommen